Möchtest du in dieser Zeit endlich etwas Positives für dich tun und dein Lied singen lernen? Völlig egal wie alt du bist, meine Gesangsschülerinnen und Schüler kommen mit den unterschiedlichsten Wünschen zu mir. Zum Beispiel kräftiger und ausdrucksstärker singen zu können, eine wärmere Stimmfarbe zu bekommen, höher singen zu lernen, einen möglichen Bruch zwischen Kopf- und Bruststimme zu überwinden, Heiserkeit zu vermeiden oder in einem Chor oder in einer Band mitsingen zu können. Manche möchten die Töne besser treffen lernen, während andere schon gut singen und sich auf einen Soloauftritt vorbereiten möchten. Probier unterschiedliche Stile aus. Du profitierst von meiner klassischen Ausbildung und von meiner Banderfahrung. Baue Stress ab und sing dich frei. Ich freue mich auf dich.